ja grüßt euch leute hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal ja heute geht es um das thema war schon die letzten tage so ein bisschen brodelt überall ich sage es mal ganz einfach so und zwar geht es heute mal um das thema bitcoin halfing diese nacht war es soweit das bitcoin halfing hat stattgefunden die block belohnung ist reduziert worden von 6,25 bitcoin auf 3,125 bitcoin pro block ja und das ist halt eben die das event wo halt eben viele schon darauf gewartet haben weiß das für euch bedeutet was das für uns bedeutet gucken wir uns gleich mal so ein bisschen detail ein das video richtet sich in richtung anfänger das bedeutet liebe bitcoin profis da draußen ihr braucht euch nicht anzuschauen wir sind halt im kanal für was halt eben für anfänger da ist beziehungsweise wollen halt eben anfänger freundlichen content zur verfügung stellen ja bitcoin halfing die nacht ihr seht hier noch mal auf der seite von coin market cap also 20 april ist heute um 2 uhr 9 und 27 sekunden da war es endlich soweit das heißt der blog ist erreicht worden für das bitcoin halfing das bedeutet auf gut deutsch gesagt dass die rewards halbiert sind das thema mit den rivers gucken muss auch gleich noch mal an ja ich würde sagen wir gucken erst mal historisch rein was letztendlich bei den letzten malen passiert ist ja und so weiter und so weiter ja die seite von coin market cap erklärt das relativ gut das ist zwar auf englisch wir gucken also gucken sie uns aber mal auf deutsch an genau hier findet ihr noch mal einen rückblick auf die bitcoin halbierung ihr seht ihr noch mal die bitcoin block belohnung halbiert sich alle 210.000 blöcke weiß in etwa alle vier jahre ist genau diese regelmäßige reduzierung der bitcoin inflationsrate wird als halbierung bezeichnet also halbierung ist quasi das halbieren am 28 november 2012 ist quasi das erste stadt hat das halt das erste halb stattgefunden bei der ersten halbierung wurden 50 prozent der meinung belohnung gekürzt von 50 auf 25 bitcoins pro blog das heißt wir wollen ja jetzt von 6,6 halb und beziehungsweise 6,25 sind jetzt reduziert auf 3,125 2012 war so pro blog waren 50 bitcoin drin beziehungsweise nach den grafigen 25 und ihr seht halt eben hier was da quasi los war ja die community schade gespannt zu dass der schlusskurs des tag ist da wir oben bei 12 dollar 20 lag ihr wisst bescheid was bitcoin jetzt kostet und was bitcoin damals gekostet hat ja ich sag mal ganz einfach so wenn jeder damals ein bisschen das bitcoin investierte hätten wahrscheinlich viele millionäre aktuell ja ich habe es nicht wir haben es nicht ihr wahrscheinlich auch damals nicht bitcoin investiert und daher nur ja anfang 2013 startete der erste bull run sozusagen und stieg von jahresende von 13 auf 1000 dollar das ist ja natürlich schon mal eine hausnummer rechnet dass man x hoch was das ist das ist immer so eine nach wehe war ich jetzt mal das harping und es ist auch hier so dass in diesen harping was jetzt gerade stattgefunden hat also quasi heute wird auch ein massiver bull run erwartet das ist die letzte mal schon stattgefunden und wird wahrscheinlich auch diesmal stattfinden wir können nicht in die glaskugel gucken wir wissen halt eben nicht wie viel es wird etc aber es wird auf jeden fall was passieren aber das nicht heute das auch nicht morgen wir gucken sonst gleich mal im chart an wir haben 9 juli bereits für ein boom btc preis bei 640 dollar die zweite haus stattgefunden das heißt auch hier sind von 25 bitcoin ab 12,5 bitcoin reduziert wurden das heißt sie hat es halt ungefähr ein jahr gedauert seht ihr noch mal im jahr 2017 erlebte einen unglaublich aufwärts trend sein preis stieg bis zum jahresende umfasst 20.000 also sie sehen hier das wird nicht sofort passieren das heißt heute ist das bitcoin harping und morgen wird der preis in die höhe geben das passiert definitiv nicht das ist eine frage der zeit das ist eine frage von monaten beziehungsweise das ist auch eine frage von jahren unter anderem bis das harping sich bemerkbar machen wird ja jetzt haben wir die nächste halbierung und zwar am 11 mai 2020 1 million mehr hier lacht der bitcoin preis zu dem aktuellen zeitpunkt bei 8605 das heißt volatilität ihr seht hier der preis ist auch wieder mal nach unten gegangen durch die dritte halbierung wurde meinung belohnung und erneuheit halbiert so vorher war der bahn berechnen meinung von 6,25 quasi auf 6,25 blocke btc pro block gekürzt wurde ihr kennt diese zahl 6,25 haben wir aktuell in vielen projekten auch mit drin ja und auch nach dieser halbierung sozusagen stieg auch der kurs an wenn ihr seht öfter mal 2020 wo wir hier lagen und wo wir aktuell sind ja ist natürlich ein massiver unterschied was es angeht ja ihr seht noch mal hier ein kleiner kickback quasi 7 september 2023 stand mit können bei knapp 26.000 us-dollar ja und hier wird auch noch mal erwähnt diese halbierung sozusagen auf die 3,125 also das ist das was jetzt passiert ist hier in diesem beitrag wird noch mal so ein bisschen auf die geschichte mit bullenmarkt eingegangen und ja wir glauben auch dass es letztendlich passieren wird ja aber bevor wir halt eben noch mal auf den chartanalyse kommen gucken uns noch mal kurz kurz den schwierigkeitsgrad an weil es wird nämlich folgendes passieren wir haben aktuell diesen schwierigkeitsgrad der angezeigt wird und es ist halt eben so dass also das jetzt nur ein also bei meiner stats gibt natürlich noch andere quellen das ist quasi die aktuelle netzwerk schwierigkeit die dahinter steckt jetzt ist es so dass durch das halving quasi die belohnung halbiert sind das heißt wenn du vor keine ahnung oder gestern ich sag es mal relativ einfach zehn euro am tag mit der bitcoin weiter gemacht hast sind es heute nur noch fünf relativ grob ausgedrückt und jetzt ist es natürlich so es gibt unterschiedlich sind die eine szenarie also das eine szenario wäre ich brauche günstigeren strom funktioniert bei vielen nicht in deutschland auf recht nicht kennt er die ganze geschichte ich brauche einen neuen mann der effizienter ist oder ich halt einfach ab und es ist es wird so kommen dass viele ihre bitcoin waren abschalten weil die halt eben nicht mehr profitabel genug sind ja es gibt ja alleine schon beziehungsweise wir haben hier doch schon die schwierigkeit mit bitcoin waren überhaupt die stromkosten zu decken was glaube ich nach aktueller geschichte überhaupt nicht mehr ich müsste es nachher hin aber ich glaube lohnt sich aktuell nicht bitcoin zu meinen ohne pv-unterstützung und hier wird es halt eben dazu kommt ihr seht hier das ist der aktuelle chart also wahrscheinlich morgen sieht man wie der schwierigkeitsgrad nach unten gehen wird weil halt eben viele ihrer mahner abschalten weil es halt eben nur die hälfte rewards gibt also das ist ganz ganz wichtig harling bedeutet die hälfte ja das heißt die block rewards sind von sind halt eben gesunken von 6,25 auf 3,125 das bedeutet einfach nur dass die auch der profit letztendlich halbiert ist ja lasst uns mal den chart anschauen aktuell also heute ist der 20 4 es ist gerade 10 uhr 22 ihr seht hier den aktuellen chart das harling war hier muss man ganz kurz gucken 2 uhr genau hier war das harling und wie ihr seht seht ihr jetzt erst mal nichts also zumindest nichts bahnbrechendes weil wie ich es ja vorhin schon gesagt habe so eine harling geschichte dauert halt eben so ein bisschen ja ihr seht der kurs naja pendelt sich so ein bisschen ein aber es gibt jetzt auch keinen keinen riesen ausbruch nach oben also quasi wo halt eben jetzt der kurs nach oben geht 60 70 80 90.000 das ist jetzt erstmal nicht das kann passieren das wird eventuell passieren aber wir haben wir leider keine glaskugel um das halt eben beobachten zu können aber es ist halt eben so dass das harling halt eben jetzt braucht das kann monate dauern das kann aber auch ein jahr dauern jeder bull run kommt wo der kurs nach oben geht da wird kommt definitiv das kann ich euch versprechen wie hoch allerdings der bitcoin kurs gehen wird weiß natürlich keiner es wird viel spekuliert aber ja keiner weiß ich immer so schön ja viele haben ja natürlich jetzt erwartet auch nach bitcoin halfing geht das gleich und da geht die kerze nach oben na das glaube ich nicht leute wenn man sich mal die historie anschaut von den letzten jahren wie lange das da gedauert hat bis quasi sich das harling bemerkbar gemacht hat wird auch vermutlich mein spekulieren können wir alle wird vermutlich jetzt auch den nächsten tage wochen nicht passiert oder nicht deutliches passieren es sei denn wir haben wir doch irgendeine major geschichte aber ansonsten ja denke ich mal das wird ein paar monate dauert sich das habe jetzt bemerkbar macht auf den kurs ja ja ihr seht auch hier noch mal im circulating supply und im total supply es sind nicht mehr viele bitcoin übrig die man schürfen kann ihr seht hier max supply 21 millionen bitcoin das ist so eine zahl die auf jeden fall wissen solltet und ihr seht ihr circulating supply das heißt von den 21 millionen sind aktuell 19,6 millionen im umlauf das bedeutet es sind noch knapp 1,3 millionen schürfbar dann war es das dann kann auch kein bitcoin mehr geschürft werden ich meine die zeit die bitcoins jetzt geschürft werden dauert länger durch das halbieren natürlich doppelte zeit wenn man es mal so möchte ja aber ihr seht auch hier im bereich bitcoin da ist dann irgendwann auch mal das ende erreicht und die frage ist natürlich was passiert wenn bitcoin nicht mehr schürfbar ist geht der kurs nach oben weil man kriegt den man kann den bitcoin nicht mehr herstellen oder geht halt eben der preis nach unten weil die spannung quasi weg ist aber ja wir sind da keine experten was das thema angeht von daher ein spekulativ werden auf jeden fall sehen ja zum schluss liebe mit uns hobby mäßigen bitcoin solo meiner nicht desto trotz läuft unser system weiter also wir haben ja diesen mini bit 13 66 unsere videos verfolgt weiß ja was hier an technik rumsteht gibt natürlich auch noch antwort die ganzen bit ex geschichten und so weiter und so wird und auch nur mal noch und so weiter wir lassen laufen also unsere systeme laufen weiter weil selbst wenn bei 3,125 bitcoin falls wirklich mal ein blog bei herum kommt ja ich weiß es ist sehr unwahrscheinlich nichtsdestotrotz beim aktuellen kurs von knapp 60.000 euro 3,125 das wäre natürlich auch geil 3.125 nimmt er mir das kommen wir nicht ach wir machen jetzt einfach mal mit drei und fertig ist genau selbst mit drei bitcoin die man im so der meinung gewinnen kann könnte wie auch immer sind es immer noch 180.000 nach aktuellen kurs und ich denke mal das lohnt sich ja für eine investition von 100 200 euro je nachdem was sie rumstehen hat ist es für mich 1 8 nach ja das soll es von mir gewesen sein zum thema bitcoin halving falls ihr kommentar einregung feedback lasst einfach einen kommentar da ihr wisst ihr bescheid ansonsten bedanke ich mich bei euch ich wünsche ihnen schönes wochenende bis die tage bis später ciao